Das nächste Lied handelt von einem Cowboy, der immer sein Instrument bei sich trägt und dieses Instrument, Cowboys sind ja im Wilden Westen unterwegs, ist ein Banjo und ein Banjo sieht so aus. Es ist so ähnlich wie eine Gitarre und der Cowboy spielt eine Melodie darauf, die geht so. Da kannst du natürlich kräftig mitsingen. Und was der Cowboy so erlebt mit dem Banjo und was er noch alles macht, hörst du in dem Lied. Vielleicht spielst du selber ein Instrument oder bekommst Lust, ein Instrument zu lernen, denn es kann ein treuer Begleiter sein. Hast du dir noch die Melodie gemerkt, die der Cowboy spielt? Die geht nämlich so. Der Cowboy reitet so und der Cowboy reitet so auf seinem Pferd dahin. Und er reitet am Tag und er reitet auch Nacht, das macht ihm überhaupt nichts aus. Er spielt ne Melodie auf seinem Banjo und so reitet er weit hinaus. Und kommt des Nachts ein Bär daher, dann hat der Cowboy keine Angst. Er spielt ne Melodie auf seinem Banjo und der Bär, der hüpft und tanzt. Kommt er in eine fremde Stadt, dann geht er in den Saloon. Da trinkt er was und er isst sich satt, mehr hat er nicht zu tun. Für sein Essen muss er nicht bezahlen, denn er ist hier der Held. Und er spielt ne Melodie auf seinem Banjo und bekommt dafür noch Geld. Scheint die Sonne und es ist sehr heiß, dann weiß er einen Rat. Er hält das Banjo über seinen Kopf, dann hat der Schatten auch bei 30 Grad. Auch bei Regen reitet er umher, das macht ihm sogar Spaß. Sein Banjo hält den Regen ab und der Cowboy wird nicht nass. Und die Moral von diesem Lied ist einfach und auch gut. Hast du ein Banjo, das du spielen kannst? Hast du Freude und auch Mut? Du brauchst keine Waffe und auch keinen Schirn, kein Essen und auch kein Geld. Immer bist du gut gelaunt und so reitest du durch die Welt. Vielen Dank an die BKK Novitas, die dieses Konzert möglich gemacht hat, das Konzert zu euch nach Hause gebracht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim Weltkindertag 2022 in Duisburg. Tschüss!